Ihr habt euch das Leben zum Feind gemacht. Und diesen Krieg gewinnt ihr nie. Ihr könnt uns töten, aber nicht die Hoffnung. Ach nein. Ach nein. Oh, Fürst Sauerfang. Wie viele, meint ihr? Zu viele. Hier fehlt jegliche Ehre. Jetzt werden sie sich rächen. Sie alle! Mein Vater, Hekazi, kämpfte mit euch im dritten Krieg. Er erzählte mir, wie ihr mit nur einem Schlag zehn Feinde töten konntet. Das ist meine erste Schlacht. Was soll ich tun? Nicht sterben? Ja. Ja. Aber wenn ich doch sterbe, dann nur mit Ehre. Hier gibt es heute keinen Ruhm. Nur leid. Du hast dir den Kriegertod verdient, mein Sohn. doch wieder bleibt er mir verwehrt. Was habt ihr vor? Mir holen, was mein ist. Was habt ihr? Ja. 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 Haut ab. Esatte, haut ab! Lebt etwas länger. Geht zu eurem Vater. Geht nicht. Er ist tot. Die Horde. Mehr bleibt uns nicht. Ach, ihr kennt mich. Ist das so? Was ich gesehen? Was ich getan hab? Gebt doch auf, Junge. Wie ihr? Die Horde. Lebt etwas länger. Die Horde. Hunde. Die Horde. Die Horde. Die Horde. Die Horde. Wir sind in einem Kreis. Der Eislauf des Hasses. Allianzen werden geschmiedet und gebrochen. Diese Welt zu teilen hat uns viel gekostet. Und wir haben vergessen, was uns stark macht. Schulter an Schulter! Brück geschlossen vor! Lordaeron wird uns gehören! Mein König, jetzt haben wir es. Feiert weiter! Komm! Puh! 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 Für die Horde! Wutra! Wutra! I'm doing it! Das war's für heute. Kämpft gemeinsam für die Allianz! Das sind die letzten Soldaten. Danach sind die Bauern dran. Als dieser Krieg begann, dachte ich, wir kämpfen für Frieden. Dabei geht es nur ums Kämpfen. Ihr tut euer Möglichstes, um sie aufzuhalten, Majestät. Ich verstehe. Ich verstehe. In Lordaeron, da hättet ihr mich töten können. Vielleicht den Krieg beenden. Wieso mich verschonen? Könnt ihr euch jetzt töten? Ihr seid am Leben, weil ich an eure Ehre glaube. Lege ich falsch? Wollt ihr mehr unschuldiges Leid? Die Horde... Ich hab alles gegeben für die Horde. Geblutet, getötet. Und Sylvanas zerstört sie. Sie wird alles vernichten. Ich will nur... ...meine Horde zurück. Sauerfang. Sagt mir, warum habt ihr mich verschont? Ich hoffte... ...Ihr... ...stoppt sie. Nicht ich. Nicht allein. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Das ist jetzt euer Heim, was? Heim. Und Familie. Und wo sind sie? Nicht weit. Diese Welt... Sieht gut aus. Aber das trügt. Sie zerbricht. Fällt auseinander. Genau wie die Horde. Wisst ihr? Wisst ihr, was sie getan hat, während ihr euch hier verkriecht? Das ist nicht mehr mein Leben. Ich bin nicht euer Retter. Ich führe die Horde nie wieder an. Darum geht's nicht. Aber ich hoffe, ihr wollt für sie noch kämpfen. Ich bin nicht mehr. Seid ihr senkt euch gefolgt? Nein, ich Ihnen. Für uns zwei gibt es kein Versteck. Das ist ein Versteck. Uaah! Varok, es ist Zeit. Borgrimas Verteidiger gehören auch zur Horde. Unsere Brüder und Schwestern. Diese Krieger haben sich verschworen. Für Euch viele werden heute umkommen. Oder vielleicht nur einer. Sylvanas Windläufer! Ich fordere Euch zum Mak'gora! Der Verräter mit seiner Verräterbande. Warum sollte ich mich darauf einlassen? Ihr wollt mich leiden sehen. Bruder, das gewinnt Ihr nicht. Alter Freund. Für uns zwei. Gebt es kein Versteck. Ich hab Euch auf diesen Weg gebracht. Und wir wussten, wohin er führt. Begleitet mich die letzten Schritte. Bruder, bitte. Bruder, bitte. Zu Ende. Bruder, bitte. Bruder. Bruder, bitte. Bruder, bitte. Bruder, bitte. vertraut. Und die da auch. Der Tod kommt, alter Krieger. Und all ihre Hoffnung stirbt mit euch. Hoffnung könnt ihr nicht töten. Ihr seid bei Teldrassil gescheitert. Hoffnung bleibt. Wir sollten einander töten in Lordaeron. Auch gescheitert. Wir stehen noch. Ihr scheitert jedes Mal. Die Horde überdauert. Die Horde ist stark. Die Horde ist gar nichts. Ihr seid alle gar nichts. Wenn ihr euch mit meinen Augen sehen könntet. Zinnsoldaten in Reih und Glied. Tiere, die nach Ehre brüllen. Ihr kämpft gemeinsam. Genießt es. Nichts wird ewig. Was sollen wir jetzt tun? Wir bringen ihn nach Hause. Wir bringen ihn nach Hause. Wir bringen ihn nach Hause. Wir kommen nicht mehr. Wenn wir kommen. Wir kommen. Wir kommen. Wir kommen. Untertitelung des ZDF, 2020